Alle Jahre wieder kommen die Sissi-Filme zu Weihnachten und dann kriegen wir präsentiert, was für eine böse Schwiegermutter die Erzherzogin Sophie für die arme Kaiserin Sissi war. Aber wer war diese Erzherzogin Sophie überhaupt? Geboren wurde die Prinzessin Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine von Bayern am 27. Januar 1805 in München. Ihr Vater war König Maximilian I. Josef von Bayern, der 1820 auf Schloss Nymphenburg verstarb. Ihre Mutter war Caroline von Baden, die zweite Ehefrau des Königs. Interessant war, dass sie, obwohl sie mit dem katholischen König verheiratet war, trotzdem die protestantische Religion beibehalten konnte. Sie verstarb erst im Jahre 1840 in München. Ganz ungewöhnlich für die damalige Zeit hat das Königspaar seine Kinder selbst erzogen. Sie wollten, dass ihre Kinder modern denkende Menschen werden. Aber man sollte sich nicht täuschen, es war keine Larifari-Erziehung. Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, das war oberste Pflicht für die Kinder. Und dies sollte für Sophie ein Leben lang prägend sein. Disziplin, Pflichterfüllung, Ordnung, Pünktlichkeit, das hat ihr Leben geprägt. Seit frühester Jugend an stand für Sophie fest, dass sie Franz Karl, den zweitgeborenen Sohn des Kaisers Franz von Österreich, heiraten sollte. Das war insofern bedeutsam, besonders für ihren Vater, den König von Bayern, als dass der eigentliche Thronfolger, nämlich Ferdinand, stark an Epilepsie litt und man davon ausging, dass er wahrscheinlich niemals den Thron besteigen werde. Damit sollte Sophie wahrscheinlich Kaiserin werden. Entsprechend sah der Erziehungs- und Bildungsplan für Sophie aus, die nicht nur eine schöne junge Frau war, sondern auch sehr intelligent und willensstark. Dass ihr zukünftiger Gemahl bei ihrem ersten Aufeinandertreffen keinen wirklich guten Eindruck auf sie gemacht hat, das interessierte keinen Menschen, denn hier ging es nicht um Gefühle, sondern um Politik. In Wien eingetroffen, heiratete die 19-jährige Prinzessin am 4. November 1824 Erzherzog Franz Karl. Doch die ersten Ehejahre waren von dunklen Wolken überschattet, denn Sophie hatte mehrere Fehlgeburten. Kuren in Bad Ischel sollten ihren Gesundheitszustand stärken. Im Jahre 1830 wurde dann ihr erster Sohn Franz Josef geboren, dem in größeren Abständen noch fünf weitere Kinder folgen sollten. Darunter als zweitgeborener Ferdinand, der später einmal als Maximilian den Kaiserthron von Mexiko besteigen sollte. Die politisch interessierte und ambitionierte Sophie legte großen Wert auf die Erziehung ihres erstgeborenen Sohnes. Da Kaiser Ferdinand keine Kinder hatte, würde früher oder später ihr Ehemann zum Kaiser werden. Dieser aber war eine schwache und wankelmütige Person und würde bestenfalls einen Übergangskaiser darstellen. Franzi, der bis zum siebten Lebensjahr in der Obhut einer Kinderfrau war, bekam anschließend eine Erziehung, die zielgerichtet auf sein politisches Amt hin war. Das Gottesgnadentum des Kaiserhauses wurde ihm zutiefst eingeprägt. Seine Erziehung war konservativ. Doch so zielgerichtet und auch streng die Erziehung von Franz Josef auch war, es gab ein enges Band zwischen Mutter und Sohn, ein enges Vertrauensverhältnis. Zu den politischen Machenschaften Sophies gehörte auch die Einfädelung der Ehe zwischen ihrem Sohn Franz Josef und der Prinzessin Helene in Bayern, der Tochter ihrer Schwester Ludovica. Ein geschickter Schachzug, denn wenn ihr Sohn nicht mit einem regierenden Herrscherhaus verheiratet war, dann war das auch keine klare politische Festlegung. Das Revolutionsjahr 1848 bedeutete eine Zäsur in Sophies Leben. Nicht nur in ihrem Denken, das politisch nun wesentlich berechnender und strenger wurde, sondern auch von ihrem politischen Einfluss her. Nach der Märzrevolution floh der Wiener Hof nach Innsbruck und nach einer kurzen Rückkehr nach Wien musste man im Oktober erneut fliehen, diesmal nach Olmütz. Hier trafen sich die engsten Familienangehörigen und berieten über die Zukunft. Klar war, Kaiser Ferdinand musste zurücktreten. Aber Sophie, die politisch sehr ambitioniert und weitsichtig war, erklärte ganz eindeutig den verschiedenen Mitgliedern der Familie, dass es nicht reicht, das Zepter von einem Bruder auf den anderen weiterzugeben. Nein, es musste ein Generationswechsel her. Ein Generationswechsel, der für die Bevölkerung beruhigend wirkte und hoffnungsschenkend war. Und so sprach sich der Familienrat gegen eine Herrschaftsübernahme von Franz Karl aus, der auf das Zureden seiner Frau auch selbst auf den Thron verzichtete und für einen Thronantritt von Franz Josef, ihrem ältesten Sohn. Hier zeigt sich, dass Sophie, die selbstbestimmt gerne Kaiserin geworden wäre, durch und durch Politikerin war, denn sie verzichtete darauf, geleitet von politischer Klugheit. In den kommenden Jahrzehnten war Sophie, ihrem Sohn, Kaiser Franz Josef, nicht nur eine moralische Stütze, sondern auch eine enge politische Beraterin. Hierbei stand sie für einen strikten Neoabsolutismus und jede Form der Mitsprache war ihr ein Graus. In ihren Augen war das Kaisertum nicht nur irgendein Amt. Es war sakrosankt. Es war direkt von Gott her abgeleitet. Und das Wort des Kaisers hatte damit geradezu religiöse Autorität. Nur ein starkes Kaisertum, so ihre Überzeugung, konnte das Land in eine gute Zukunft führen. Aber diese gab es nicht zum Nulltarif. Dafür mussten auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Und sie war jederzeit dazu bereit. Krieg oder Frieden, wenn es sein musste, wählte sie den Krieg. Und sie hatte keine Freude an solchen Entscheidungen. Es entsprach einfach der politischen Notwendigkeit. Den Föderalismusbestrebungen im Reich stand sie nicht nur skeptisch gegenüber, sondern sie lehnte sie zutiefst ab. Sie hielt sie für ein Übel, dass das Land ins Unglück stürzen würde. Als ganz besonders schlimm erachtete sie hierbei die Ungarn, die sie für einen ständigen Born von Aufständen und Unruhen hielt. Als es 1867 zur Gründung der K&K-Monarchie kam, also Ungarn gleichberechtigt neben Österreich stand, betrachtete sie dies zutiefst als Niederlage und sah dunkle Wolken am politischen Himmel aufziehen. Als Franz Josef 1854 seine Cousine Elisabeth und nicht Helene heiratete, da war das für Sophie überhaupt keine Tragödie. Sie war der festen Überzeugung, dass sie die junge Elisabeth, die ja faktisch noch eine Teenagerin war, gut in das Amt der Kaiserin hineinerziehen könne. Doch zunehmend zeigte sich, dass Elisabeth nicht nur eigensinnig und starrsinnig war, vielmehr war sie nicht im Mindesten bereit, ihre Aufgabe und ihre Verantwortung als Kaiserin wahrzunehmen. Wenn es Streit und Spannungen gab, dann nicht, weil Sophie neidisch auf Elisabeth gewesen wäre, sondern weil sie sie immer wieder darauf hingewiesen hat, was ihre Aufgabe ist, was von ihr erwartet wird. Heute würde man sagen, sie wies sie darauf hin, es sei ihre Pflicht, auch ihren Job zu machen. Letzten Endes blieb Sophie nicht die First Lady von Österreich-Ungarn, weil sie es unbedingt gewollt hätte, sondern weil Elisabeth sich ihrer Verantwortung entzog. Gleichzeitig war sie auch der Familienmittelpunkt, denn nicht nur ihre eigenen Kinder scharrten sich um sie, auch ihre Enkel, die Kinder von Elisabeth, die ihrer Mutter entbehren mussten, sahen in ihr so etwas wie den Mutterersatz. Die liebende Großmutter, es erinnert ein wenig an Königin Elisabeth II. von England. Es erfüllte sie gewiss mit Stolz, als ihr Lieblingssohn Maximilian 1864 Kaiser von Mexiko wurde, umso mehr schmerzte es sie, als er 1867 erst entmachtet und dann erschossen wurde. Tatsächlich war sie danach eine gebrochene Frau und zog sich auch aus der Politik zurück. Nach einem Besuch des Burgtheaters erkrankte die Erzherzögin an einer Lungenentzündung und verstarb am 28. Mai 1872 in Wien. Sie wurde in der Kapuzinergruft beigesetzt. Umgeben von vielen schwachen und wankelmütigen Personen war sie zu ihrer Zeit am Wiener Hof wohl die Person, die am meisten Energie, Durchsetzungsvermögen und vor allen Dingen politischen Weitblick hatte. Dies trug ihr den Beinamen ein, dass sie der einzige Mann am Wiener Hof sei. Erzherzöginn Sophie wurde 67 Jahre alt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017